Wie gesagt, wie gefällt es Ihnen? Gut. Spart sie. Spart sie. Sparts. Sparts. Pass auf, da kann man sich den Kinn haken. Ja, sehr gut, bravo! Da drüben ist so ein total cooles Ninja-Ding, das mache ich mit Tim die ganze Zeit. Da ist es auch nicht schlecht, da kann man so einen kleinen Kampf machen. Und da kann man in die Wand hochlaufen und im Prinzip auch ein bisschen diesen Backflip aber im Moment habe ich noch nichts, da ist alles davor. Wooh!